Oi wei, jetzt ist es tut mir wei. Entschuldig mir. Was tun wir da? Wir tun eine Vorstellung für unser Euler. Was war eine Vorstellung? Eine Beugrederei-Vorstellung. Was ist das? Das ist eine Vorstellung, wenn ich rede von dir. Was tust du? Ich rede von dir. Geh schon an weg. Nein, ich kann nicht mehr reden von dir. Nun, tu es schon. Ich hab jetzt noch was getan. Was hast du getan? Mann, ich hab gered von dir. Wann hast du das getan? Wann hast du das getan? Normals. Nun tut es noch einmal. Ich habe jetzt noch was getan noch einmal. Was hast du getan noch einmal? Ich habe gered von dir. Wann hast du das getan? Noris. Nun tut es noch einmal. Ich habe jetzt noch was getan noch einmal. Herr Reuss, ich will zählen bis drei, dass du rennen von mir. Gut? Gut. Nun, eins, du drei. Nun auto hast du dir. Was habe ich? Ich habe gar nicht. Ich habe Zorys von dir. Ich habe Kadoches und Magies. Nein, ich bleibe das nicht. Für was bleibst du nicht? Weil ich sehe deine Hand. Es hält die Mikrofon. Nein, meine zweite Hand ist rein in dein Maul. Du hast deine zweite Hand? Ja, danke. Ich habe sich gewundert, wo sich deine zweite Hand befindet. Okay, vielleicht alle meine Weisen. Guckt sich zu. Ihr seht, das ist nicht kein Sold. Mein Ohr ist reingelegt in sein Guff und meine Hand ist reingelegt in sein Maul. Oh, das ist Ecke und Halasches Dick. Geh schon, Herr. Ich will euch allem in Weisen. Nun, tut noch ein Guck. Ich nehme euch mein Ohr von seinem Guff und mein Ohr kennt Bernd Schmendrick. Ich bin schon Schmendrick, heißt es. Ja, du bist Tacker, ist Schmendrick. Ich bin schon Schmendrick. Ich bin schon Schmendrick, weil ich habe vergessen und zu tun Kleder heimt. Ey, das ist mein Ohr. Oh, hey. Nun, ihr Bete verstehen, als ihr Witz. Guckt sich nicht darum. Ich guck sich nicht darum. Ich tue das Chemo mit. So dachte ich dir, was soll. Okay, dann geht es darum. Und bleib dort. In der Richtung. Okay, so. Ihr will als ihr sozusagen ventriculist. Das ist ventriculist. Aber das ist ventriculist. Schmendrick. Wie gesagt hast du das getan? Ich habe ventriculist, als haben diese Drecken dieselbe Sachen. Solltest du mich hier noch einmal auf ein Schmendrick hin? Du verstehst Jüdisch, ja? Und du kennst Rettung Jüdisch euch? A klein bisschen. A klein bisschen. Okay, du möchtest Rettung Englisch, oder du willst. Okay, it's easier. It's easier for you? Es ist gringier. Es ist gringierer, sage. Okay, das macht nicht euch. Ja, ich will. Was? Schon vergessen. Du hast schon vergessen? Ich will dich der Mohnen, sage, Chag Sameach. Chag Sameach. Nein, prove noch einmal. Chag Sameach. Chag Sameach. Come on. Es ist sehr schwer zu sagen, dem Klang, oder in kein Hebreisch oder kein Yiddish. Prove noch einmal. Sehr stark. Chag Sameach. He spit on me. Er hat geschpicken auf mir. Tage Hemach. Okay. Du hast mir gesagt, als du hast zugegräbt, a witz, ja? Ja, a witz. A witz. Das heißt, a joke. A witz. A guter witz, ja? Ja, es ist ein guter witz. Auf Jüdisch. Auf Jüdisch. Wollen wir ehren, dein Witz? Ja, schön vergessen. Schön vergessen, dein Witz? Ja. Oh, das ist ein Problem. Du kennst da ein Witz? Ich kennst da ein Witz, aber nicht auf Jüdisch. Okay, wollen wir ein bisschen auf Englisch zusammen. Zusammen, okay. Er hat gefragt, wie alt bist du? Oh, ich bin 22 Jahre alt, genau. Zwei und 20 Jahre alt? Ja. So, auf, auf, was setzt du euch als so alt? Ja, das ist, äh, das ist der Fall, was ich sorg sich. Was du sorg sich? Ja. Wegen was sorgst du sich? Ich sorg sich wegen meiner, meiner Insel. Nimm mal das Ton noch einmal. Nack, nack. Who's there? Hutsch. Bist du ein Jid? Es macht nicht Deutsch, ich bin ein Jid, sie nicht. Nun, nimm mal das Ton von Sarah und hey, noch einmal. Nack, nack. Who's there? Hutsch. Hutsch, ja. So, was ist das? Hutsch, du hast lieb zu spielen mit deiner Freundin? Ja, mein Vater. Nur, abonnem ist das Emmes. Okay, Ezra? Yes, sir. Okay, hast du lieb zu gehen schwimmen? Oh, yes, sir. Nur, das ist abonnem euch, Emmes. Und ich will dir fragen noch etwas. Ezra? Yes, sir. Hast du geklommst einen guten Bericht in deinen Schuhen, in deinen Yeshiva? Oh, yes, sir. Oh, das ist Emmes, sie nicht? Nicht Emmes. Oh, die Blumen gefällt mir nicht. Okay, Ezra, ich will, du sollst dich konzentrieren sehr stark. Und du sollst dir spüren, was ich halt in der Hand. Nun, Ezra, wir warten auf dir. Wir alle warten, du sollst uns sagen, was ich halt in der Hand. Das wird sein sehr schwer, weil ich gucke auf ihm die ganze Zeit. Okay, das ist Taki sehr verhaffendig, ja. Aber was ist? Nein, sei gesund. Okay, so, so, Schimmy. Hier. Wo wohnst du? Ich wohne in Kentucky. In Kentucky? Die Berglucht von Kentucky. Die Berglucht von Kentucky. Es befinden sich dort Taki jeden? Ja, gar, sagen jeden. Ich habe eine Schule dort. Du hast das Schule dort in Kentucky. Ja, Taki. Okay. Das ist nicht mein nomen. Du hast gesagt, das ist dein nomen. Nein, ich treffe Katholisch, das ist ein Witz. Was ist dein Emmes hernomen? Mein Emmes hernomen ist Silly Dilly. Silly Dilly? Ja, Taki, Silly Dilly. Okay. Was hast du lieb, als man soll dich rufen? Ich habe dir schon gesagt, Silly Dilly. Ich habe gemeint, dass er schon was du lieb, er besagt, zu nennen ist. Nein, Silly Dilly. Ich mache ein bisschen ein Tanzen, oder soll? Du hast Tanzen für uns? Silly Dilly, Silly Dilly, eine Silly Dilly. Silly Silly, also Silly, Silly Silly Dilly. Ach, 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 ach. Wie hast du die Hände? Wir dürfen verändigen unsere Vorstellung. Okay. Wie also willst du verändigen unsere Vorstellung jetzt? Ich will singen ein Lied, was meinst du? Okay. Was für ein Lied? Das ist ein Schienlied, ein klezmer Lied, ein klezmer Niggendol. Klezmer Niggendol. Ja, was soll ich? Okay. Und wie heißt das Niggendol? Es macht nicht Deutsch. Es macht nicht Deutsch? Okay. Nun, sing das Niggendol, sagt es euch. Ich finde schon ein klezzy. Klezzy, nein, mein Name ist schon ein klezzy. Ja. Wenn ich so singen ein klezmer Lied, bin ich klezzy. Oh, klezzy. Und ich will sich akkombinieren auf den Luftgitaren. Auf der Luftgitaren? Ja. Es soll sein, wenn er maßelte Geschirr hat. Grab your hands. Schicken Tag. Mitig? Wie? 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 Vielen Dank.